Durchsuchen, Objekte, warte mal hier, hier, Objekte von Freunden und das weg, so, wir laden einfach mal runter, ne? Ja, wir haben hier die Bandbreite. Das sieht irgendwie komisch. Alter, was ist das denn? Guck mal, Multistory. Kids Achterbahn. Niklas hat auch herausgefunden, warum das mit dem chaotisch nicht funktioniert, weil du nicht chaotisch geschrieben hast, sondern quartisch. Sieht auch geil aus. Das haben wir schon. Alter, von Niklas Lextron. Ach, guck mal da. Guck mal da, wer da noch zockt. Wird die Breaker, ist auch geil. Ach, guck mal, den kennen wir auch. Was denn hier alles los ist? Meine Sexismuskasse. Alter, was ist das denn? Das sieht gefährlich aus. Niklas, du hast auch manchmal nur ein bisschen Langeweile, oder? Naja, und will wieder Leute töten. Da ist er wieder. Haben wir die Taron von Niklas runtergeladen? Hat er eine Taron? Ähm. Ähm. Taron. Gott, ist der bescheuert. So, jetzt muss das erst mal runterladen. Ich weiß, ich musste mal neu starten am letzten Mal. Dem, 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 dem. Ich glaub nicht. Das sieht schon mal gut aus. Verti Breaker, Twister, die haben wir gerade runtergeladen. Ja, und die haben wir auf jeden Fall schon freigeschaltet. Ich weiß nicht, ob wir für die Taron etwas anderes noch brauchen. Es kann auch sein, dass er das jetzt erst lädt, wenn wir hier aktualisieren. Oh, er hat gerade aktualisiert. Hast du gesehen? Ähm. Nein, 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 nein. Wo ist er denn jetzt? Kann es sein, dass er einer von denen ist? Was brauchen wir denn dafür? Keine Ahnung. Das heißt, wir müssen, bist du schon mal Taron gefahren? Mehrfach. Das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal die Forschung durchbekommen. Fressen. Essen, 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 essen. Oh. Mexikaner? Mexelente. Fressen. Es ist schön, dass man so lange, ungefähr so lange für eine Dönerfrittenbude braucht, als für ein... Ja, die Rezepte müssen erst entwickelt werden und dann müssen sie geklaut werden und dann, ähm, ja. Das Ding hier ist immer noch voll geil. Guck mal, der hier wird aber deutlich angesprochen. Ja. Aber da kommst du auch dran vorbei, ne? Ja, wir müssen irgendwie so hier. Ja, genau. Warum sind da eigentlich zwei Hügel? Oh. Das hier? Ich glaube, ich hatte in meiner Freizeit sehr viel Landweine. Warum sind da zwei Hügel? Keine Ahnung, frag mich nicht. Wow. Wo war die Sexismuskasse dafür? Jetzt kann ich mir davon irgendwann mal einen Computer kaufen. Du hast ja. Computer ist angegangen. So. Cool. Wurde repariert. So. Also, was meintest du hier? Boah, das total übertrieben ist. Ja, aber die Leute lieben es. Wir müssten vielleicht einen Eingang von irgendwas hier hinten mal dahin machen. Oder die Eingänge von denen nach hier hinten. Das heißt, du willst das ganze Fahrgeschäft drehen? Ne, dass die laufen müssen, dass die nach hier hinten müssen, dass wir die hier wegholen. Könntest du machen? Das ist ja eine sicherheitstechnische Katastrophe, obwohl das so im Phantasialand wirklich aussieht. Und wie du siehst, hier knubbelt es sich ganz schön, weil hier ist ein Ausgang und ein Eingang wieder. Das müssen wir ändern. Wir können auf jeden Fall zum Beispiel schon mal diesen Eingang verlegen. Und dann den Wegbreiter machen. Was ist denn das jetzt hier? Achso, ich suche Wachteschlangen. Wachteschlangen. Das hier. Was sagt sie hier so? Hey. Dann das weg. Und jetzt ein bisschen. Schön. So, jetzt sind doch erstmal alle weg. Vielen Dank fürs Kartenkaufen. Deppen. Ich finde diesen Pult immer ganz schön, wenn die aussteigen. Da. Ja, ist das Spiel dann so? Bitteschön! Ich denke mal, die meisten werden jetzt wieder hinlaufen. Wie ist der? Eine leichte Katastrophe wurde repariert. Aber? Das ist auch noch nicht die maximum breite Straße hier, ne? Was mich jetzt hier ein bisschen stört, ist, wie sie da alle um die Ecke müssen. Machen wir mal die beiden Titten hier weg. Warum ist das eigentlich noch nicht ein Gebäude? Keine Ahnung. Kann ja nur einer gebaut haben. Nein. Doch. Nein. Ich habe das damals zu einem Gebäude gebaut. Das hat irgendwer wieder rückgängig gebaut. Mhm. Ganz schön. Oh, oh, oh. Das ist perfekt. Das ist einfach perfekt. What? Ja, ist doch egal, wie das da hinten ausgeht. Weil es ist doch egal, wie das hier endet. Hauptsache, es endet. Mein Hotdog. Ja, ich baue ihn doch jetzt wieder zusammen. Oder willst du ihn zusammenbauen? Nein, jetzt kannst du ihn zusammenbauen. Ich hatte ihn so schön zusammengebaut. Das ist ein Sekundenjob. Du bist ein Sekundenjob. Meine Mutter ist auch schwul. Ja, wenigstens kann sie etwas. Ey, meine Mutter macht gerade Essen. Du wolltest was davon haben. Ich kriege davon aber nichts ab, weil wir so lange streamen. Okay. Okay. So, langsam kommt die Steuerung wieder. Guck mal, die sind ein Gebäude. Ja, die sind ein Gebäude. Und das war ein Gebäude. Und das war ein... Eine Windows-Taste. Doch, nee, ich ignoriere dich nicht. Aber... Ach, komm. Anke. Anke? Wer ist Anke? Ich hab gesagt Danke, aber okay. Nö, damit tust du mir nicht weh. Süß. Es kitzelt doch wie Scheiße. Ich weiß. War ja auch nicht der Sinn der Sache, dir wehzutun. Sagt bloß nichts Falsches. Das wird alles gnadenlos reingeschnitten. Die, 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 die. Oh Gott. Die Musik ist so gut gemacht. Äh, Steuerung D. Ja, Klatsch ist doch dagegen. Ich dachte, er macht... Er nimmt auch die Position und alles mit. Okay. Das wäre ja wenigstens mal cool gewesen. Hallo. Okay. Dann brennt jetzt nur einer. Schön warm da. Du bist ja einfach aufstieg. So, und das hier müsste jetzt noch was breiter werden, ne? Mhm. Erinnere dich bitte. Mülleimer, Bank, Bank, Bank. Ja. Mülleimer... Mülle, 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 Mülle. Ja, gut erinnert. Oh, guck mal, da ist fast zu. Warum ist das schon wieder zu? Mülleimer, Bank... Wir sind noch gar nicht da, aber okay. Ich möchte das erst mal wieder gefixt bekommen hier. Ich glaube, wir machen einen kleinen Bogen daraus. Oh ja. Wird cool, wenn du wieder verbinden würdest. Warte mal, ich habe eine viel bessere Idee. Wahnsinn. Tausendmal mehr Platz. Das ist zwar hier richtig komisch. Das heißt, das werden wir gleich auch hier neu machen. Dass man hier... Aber das ist deutlich angenehmer. Ja. Warte mal. Ah, da stehen Gebäude, ne? Ja. Okay, das heißt... Was tun die zwei da? Wenn nicht die zwei. Es sind drei. Ach nee. Es ist eine. Okay, nein. Weiter. Da. Das Video wird auch wieder blockiert. Ich sehe es doch. Was? Es ist jetzt ruhig. Auf zu lachen. Es ist nicht lustig. Es ist echt nicht lustig. Doch ist es. Aber wo ist denn jetzt hier Mülleimer und alles? Unter Szenerie. Dann unter... Nein. Unter... Hier ist kein Nein. Natur. Und dann unter Bänke und Mülleimer. Wegextras. Wegextras? Ne, haben wir... Wir haben die immer genommen, ne? Die Hessluton... Vom Baumarkt für 2,50 Euro. Nein, die kosten 5 Euro. Ah, steht da. Sorry, 5 Dollar. So, wir müssen mal alles von den Wegen runter machen. Weil wenn wir alles von den Wegen runter machen... Ist denn mehr Platz. Oh, Mama Mia. Und Alter, sieht das geil aus eigentlich. Es würde nur noch eine Überdachung fehlen. Warum steht da eine Bank schief? Aber wobei das eigentlich ganz schön aussieht. Ich weiß nicht, ob da welche sitzen können. Wir werden es herausfinden. Wahrscheinlich... Da sitzen auch 500 Leute. Funktioniert. Mein Gewicht. So. Da hübsch die Kuh. Was sagen wir? Da ist der Dino. Würde mal sagen... Das hier ist immer noch das Problem. Da hat wieder was zu. Oh, gut. Gut gesehen. Problem ist, sind die beiden Läden eigentlich. Weg mit den Läden und... Oh, sitze ich wieder... Ne, ich komme noch ein bisschen rüber. Geil, machst du noch kaputter. Du kannst ja mit Lenkrad spielen, okay? Der eklige Schimmelraucher-Pavilion fehlt. Das hier scheint ein bisschen teuer zu sein. Das war nicht geplant. Ja, aber guck mal, was jetzt passiert. Aber guck mal, wie viele da reinpassen. Schwingen, 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 da ein Ding. Machst du jetzt grün und rot? Ja, nee. Und grün? Hauptsächlich grün. Warum machst du es grün? Warum nicht? Wenn es besser in die Szenerie reinpasst. Das ist dem doch scheißegal. Because I fucking care. Okay. Ich kehre nicht. Kannst mal den Hof kehren. Nein, doch nicht bei dir. Du kannst bei mir den Hof kehren. Sonst noch wünsche, dann ist die Ehe vorbei. Was für eine Ehe? Och, guck mal, das ist traurig. Das ist in der Tat traurig.